Du legst dich auf den Rücken, nimmst die Hände an den Hinterkopf und kommst hoch. Versuch wirklich aus dem Bauch auszuziehen, mach dich bereit, gleich kommen die Beine dazu. Die Beine nach oben und weiter. Jetzt nimmst du die Beine und führst die Richtung Brustkorb. Die letzte Runde. Die Beine in die Schräge. Die Bewegung bleibt, nur die Beine sind etwas schräg. In die andere Richtung. Langsam die Beine wieder absetzen. Und die Übung vom Anfang, Oberkörper hoch. Die Beine kommen wieder dazu. Streck ein Bein aus. Dreh den Oberkörper zum angewinkenden Bein und halte das gestreckte Bein rauf und runter. Seite wechseln und das Bein rauf. Letzte Runde. Beine. Beine Beine. Und im Wechsel Ellbogen in der Diagonalung zum Knie. Gleich hast du es geschafft. Langsam die Beine absetzen und leg sie zur rechten Seite. Hände wieder an den Hinterkopf. Der Oberkörper kommt hoch. Hände schrägten Bauchmuskeln. Da arbeiten wir jetzt gerade rein. Und wieder bereit machen für die nächste Übung. Du kommst in den Seitstütz. Streckst deine Beine aus. Komm tief und hoch. Langsam wieder absetzen. Bleib auf der gleichen Seite und der Oberkörper kommt wieder hoch. Bein liegt immer noch rechts. Nächste Runde. Wieder drehe dich rum. Das ist der Seitstütz. Zieh runter. Aufpassen. Wir drehen uns. Wir drehen uns. Und halten. Zieh deinen Bauch an die Wirbelsäule. Bleib stabil. Langsam fangen wir an rechts links bis in die Rotation zu gehen. Und halten. Ein paar Sekunden noch. So. Jetzt drehst du dich rum zur anderen Seite. Hände an den Hinterkopf und in den Oberkörper. Hände an den Oberkörper. Hände an den Seitstütz. Beine wieder ausstrecken. Und dann komm hoch und hin. langsam nach unten. Nicht auf den Rücken. Die beiden sind wieder auf der linken Seite. Hände an den Hinterkopf. Die letzte Runde. Gleich hast du es geschafft. langsam wieder in den Seitstütz. Letzter Durchgang. Das geht los. Bereit machen. Wieder in die Blanke. Bleib hier. Bleib in der Mitte stabil. Und halten. Endspurt. Wieder in die Rotation kommen. Mal alles mobilisieren. Alle Kräfte mobilisieren. Jetzt hast du es geschafft. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.